Nach 10, 15 Jahren, auch erfolgreich im Beruf, stellt sich ja für viele Menschen die Frage nach der Sinnhaftigkeit, wohin die Reise weitergeht. Und Sie stellen vielleicht fest, dass das alles nicht ganz so optimal ist, nach den ersten Berufsanfängen und nach dem Aufstieg. Und die Frage ist, wie kommt man da weiter? Ja, und für meine Person habe ich festgestellt, dass das Hineinfühlen in die eigene Person einen durchaus weiterbringen kann. Ganz einfach und lapidar, dass man mal eine Woche lang an sich selber abcheckt und hineinhorcht, wo fühle ich mich eigentlich am wohlsten? Und zwar so ganz unbewusst. Ist es in dem Moment, wo ich mich an den Schreibtisch setze, ganz egal, was auf dem Schreibtisch jetzt liegt und was zu tun ist, bin ich viel glücklicher draußen, an der frischen Luft, im Wald? Bin ich super happy, wenn ich endlich mit Leuten zusammen bin, selbst wenn die Sitzung lange dauert und nichts mehr rauskommt? Oder bin ich richtig froh und erleichtert, wenn ich entweder alleine bin? So etwas ist, glaube ich, viel, viel wichtiger herauszufinden als logische Vernunftskriterien, wo könnte ich schneller befördert werden oder wo ist der sichere Arbeitsplatz? Dieses Hineinhorchen in sich, das ist an sich die Basis, aus der die Persönlichkeit genährt wird und das könnte einem durchaus auch bei der beruflichen Entwicklung helfen. Einmal, dass wenn ich sie auf der befreitere, dass wenn ich sie also auch auf der Seite ein sehr gut überlebt, dann ein bisschen mehr Aufmaß, dass ich es hier eine große Herausforderung nehme, habe ich in die Auslösung und denke, wir wollen uns auf einigen Bereich. Vielen Dank.